Herzlich Willkommen zur Lotto Bayern Challenge. Wir spielen Best of Five mit drei Unterkategorien, Wissen, Schätzen und Geschicklichkeit. Die Jungs treten gegeneinander an, machen einen Schickschnack-Schnuck, wer anfängt. Habt viel Spaß und genießt es einfach. Hallo liebe Klubfans, herzlich Willkommen zur Lotto Bayern Challenge, heute mit Valle und Felix. Ihr schnickt mal aus und dreht mal das Ding. Valle, du darfst. Euro-Checkport. Eine Wissensfrage. Es geht darum, Torschützenkönige der zweiten Bundesliga, das sind 54 Spieler, bitte nacheinander aufzählen. Okay, Simon Terodde. Hätte ich auch da reingesagt. So, da haben wir schon mal 20 Schrecken. Also der zählt zweimal, oder? Simon Terodde dann zum zweiten. Der zählt aber als einmal. Okay, schade. Der war wahrscheinlich fünfmal. Ja. Wen gibt's denn noch so? Ich weiß es nicht. Theo van des Geckers. Theo van des Geckers? Also den sehe ich hier nicht drauf. Aber trotzdem Legende. Aber trotzdem ein guter Tipp. Das Spiel geht an dich, weil das ist ein Glückwunsch. Sehr gut, das ist ein Glückwunsch. Bei Wissen war ich nicht schlecht. Das ist eine Schätzfrage. Erste Frage, Männer. Wie schwer ist dein Fußball? Der Ball ist sehr entschlossen. Keine Ahnung. Ah, nochmal korrigiert, oder was? Ja. Okay. Deckt mal auf. Was haben wir da? 300 Gramm? Ich zeig's mal in die Kamera. 825. Das wird brennen. Die richtige Antwort ist 440 Gramm. Walle damit ein Punkt. Sehr gut. 800 Gramm. Fliegt mir den Nacken weg bei jedem Kopf. Junge Marco brettert die immer auf. Die nächste Frage. Wie lang ist die Nürnberger Bratwurst? Das ist ein Einheitsmaß. Das ist ein Einheitsmaß. Das ist ein Einheitsmaß. Natürlich. Ich sag mal so, hier steht zwischen zwei Zahlen. Okay. Nee, ich schreib da eine Zahl auf. Eine Zahl, okay. Das ist Gänsehaut, die Zahl. Echt jetzt? 10 Zentimeter und du hast? 7,5. Die richtige Antwort ist zwischen 7 und 9. Damit. Geht jetzt prima an Felix. Es ist ein 7 und 9, aber 10 ist Ausländer an der 9. 1,1. Entscheidende Frage, oder? Stimmt, gell? Okay. 10 ist Ausländer an der 9, aber hey. Okay, Felix. Halt, spannend. Walle, Thomas Brunner, kennst du ja. Rekordspieler beim FCN. Wie viele Spiele hat er absolviert? Finde ich sehr fair, ja. Für den Klub, ne? Für den Klub, oder? Ja, ja. Wie viele hast du für den Klub? Ich für den Klub? Also er hat mehr, glaube ich. Ja, er hat ein paar mehr, ja. Kein Plan. Okay. Die richtige Antwort ist 426. Wahnsinnsantwort. Bravo. Ich kenne ihn. Sehr stark. Ich kenne ihn ab und zu was essen. Braut wir es essen. Aha. Ohne Skrippen, gell? Geschicklichkeit. Verrückt, okay. Was ist das? Bin ich gespannt. Suchst du das aus? Nein, du suchst dir das aus. Ah ja, stimmt. Umschlag. Einer von den vier goldenen Umschlägen. Aha. Echter Verteidiger nimmt rechts. Bitte nichts Wildes. Hochhalten. Hochhalten? Ja. Das ist doch mal interessant. Nehmen wir den, komm. Ja, der ist super. Toll, das ist dein Ball. Ich freue mich. Habt ihr da genug Platz? Nicht, dass ihr euch in die Quere kommt, gell? Wie soll man machen? Früher vom Boden oder von der Hand aus? Von der Hand, komm. Ja, okay. Also sag euch mal eins, erster Kontakt ist richtig wichtig jetzt, ja? Ja, ja. Okay. Drei, zwei, eins, los. Ja, sieht sehr gut aus. Qualität. Ach, shit. Oh, Probleme. Hey, hey, hey. Walle gewonnen. Glückwunsch, Walle. Danke. Okay. Er macht das noch durch bis morgen. Gutes Segen, ja. Lotto-Gutschein. Nein. Niedergeschicklichkeit. Jetzt hast du selbst in der Hand, was es wird. Goldene Mitte. Was haben wir da? Torbahn schießen. Torbahn schießen. Das ist doch was für dich. Normalerweise, ja. So. Kann ich mir den Ball aussuchen? Ach so, er wieder. Klasse. Ja, dann nehme ich den Football, das gucke ich mir an. Oh! Was? Ja! Wichtig! Das war's schon fast. Das ist die halbe Miete. Ja, ich schieße mit dem öfter privat auch zu Hause. Glaube ich. Auch gut festgehalten von dir, ja. Ja, sehr gut. 50 Prozent geht an dich. Okay. Schuss Nummer zwei. Ach, Quatsch. Hat er auch zu früh losgelassen, ne? Hab ich gesehen. Er hat Angst gehabt um seinen Finger, aber da passiert ja nichts. Da passiert gar nichts. Kannst du ihn drauf lassen. Auf geht's. Okay, okay. Hat mir Hoffnung gegeben. So, Wallis. Einer muss schon fast machen unten. Oh! Oh! Ein Hauch! Hat ein bisschen was gefehlt. Soll ich den Ball holen? Nö, ist okay. Du bist Moderator. So, Schuss Nummer zwei. Oh! Der tut weh. Der tut richtig weh. Ich hab ein Mikro, ne? Du weißt, was eigentlich jetzt gekommen wird. Mist, oder? Mist! Verdammt! Verdammt! Mano! Schuss Nummer drei. Mhhh! Okay, okay. Das tut dir schon mal gut? Ja, das ist sehr wichtig. Wenn du einen oben triffst, hast du es schon. Jan, auch gut. Wie macht man das jetzt hier mit dem? Löffeln. Löffeln? Löffeln, ja. Löffeln. Löffeln, ja. Hüfte mit hinterher werfen. Oh! Die Schaufel! Das ist immer der erste, ohne nachdenken. Das sind immer die Beste. Die Schaufel! Ah, hingeblieben! In den Boden getreten. Leckerung in den Bann. Soll ich den Physio rufen wegen Rücken? Nee, geht. Okay, geht. Letzter Schuss, Felix. Ja. Genau. Wieder anpassen. Okay, okay. So, Walle. Es zählt! Einen musst du machen, zur Verlängerung. Oh, ja. Ja. Der war hoch auf jeden Fall. Ich habe die Lage unterschert. Schon langsam Druck auf dem Kessel? Ja. Ja. Okay, die Höhe war gut. Ja, jetzt musst du. Die Richtung stimmen. Das ist nur 1-1, wer bitter fehlt ist, ja? 1-1, wer bitter ist, ja. Aber mal gucken. Da gibt es eine Schätzfrage. Oh! So tut es doch besser. So tut es richtig gut. Glückwunsch, Felix, der Gewinner. 2-2. Entscheidungsspiel. Hochinteressant. Au, nee. Schätzen. Eine Schätzfrage. Interessant, interessant. Das hat Felix gewonnen, so. Entscheidendes Spiel, ne? Ja. So. Okay. Starten wir erstmal ganz einfach rein. Wie viele Monde hat der Jupiter? Ja, ist ja Wahnsinn. Hat der überhaupt was? Einer, 12. Die richtige Antwort ist 63. Hey. 1-0, oder? So. Hier gibt es eine Football-Frage, die mache ich aber nicht, weil das wäre sonst ein bisschen unfair. Das ist fair. Oh. Wie viele Lottomillionäre gab es im letzten Jahr in Bayern? Oh, okay. Im letzten Jahr? Hm. 36 und 3. Die richtige Antwort ist 17. Oh, nee. Das heißt, du bist 14 weg. Ich hab gewonnen, oder? Du hast gewonnen, Felix. 1-1. 1-1. Das war ich aber optimistisch. Na ja. So. Jusen Bolt. War im Jahr 2012, hat er 100 Meter Lauf gewonnen. Den Olympischen Rekord. Das weiß er. Jetzt weiß er, das weiß er sicher. Weißt du? Ja. Wie war die Zeit? Ja, guck mal, er weiß direkt. So Quatsch. Ich brauche jetzt eine Eingebung, irgendwas brauche ich. Sag mal so, er hat es nicht richtig auf jeden Fall. Ja. Hast du schon gesehen? Ja, aber es ist nah dran. Okay. Oh. Die richtige Antwort ist 9,63. Was ist das denn? Das ist gleich. Unentschieden. Nochmal. Ey, das ist ja verrückt. 6,3? War das noch nicht? 5? Das ist verrückt. 9,5? Wie hole ich mich jetzt zurück, Alter? Das ist krank. So, ihr habt ja alle die... Entscheidende, entscheidende Frage jetzt. Wie entscheidende? Jetzt entscheidende Frage, oder? Ja, ja, ja. Doch, das ist jetzt auch. 1,1. Da muss ich mir eine Verrückte einfallen lassen. 1,1. Da muss ich mir eine Verrückte einfallen lassen. Er findet einfach was. Wie lautet die Summe aller Zahlen von 1 bis 100? Gib mir kurz 10 Minuten. Oh Mann. Ey, das ist doch traurig. Ja, du musst nur Countdown machen, glaube ich, oder sowas. Ja, erstmal lasse ich euch ein bisschen rechnen. Das passt schon. Okay. Hey, warte mal. Ja, jetzt rechnen wir noch mal, Läger. Ach so, okay. Dann, äh, was? Keine Ahnung. Was hast du? Bitte sag was Schönes. Die richtige Antwort ist 5.000. Ja, klar. Felix ist der Gewinner. Felix, Glückwunsch. Geil Spieler. Lotto-Gutscheine. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke fürs Mitmachen.